Numerobis soll binnen drei Tagen ein Palast für Kleopatra bauen, damit Caesar sieht, dass ihr Volk nicht dekadent ist. Drei Monate, das ist kurz. Obelix und Asterix müssen helfen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Asterix und Obelix. Herzlich willkommen zurück. Eigentlich sage ich ja immer Servus, Leute, aber irgendwie... Ja, irgendwie hatte ich da... Ah, gerade keine Lust drauf, weil ich komme gerade eben von der Bloodborne-Aufnahme. Oh oh. Und ich bin sauer. Deswegen muss jetzt was Gutes her. Der Gicke Obelix, der Wildschwein-Vanascher hier. Rennen! Nein. Oh, ich deide. Ich sollte vielleicht nicht doch... äh, doch nicht so gnadenlos vorstürmen. Das ist gut, wenn ich da oben bin, weil wenn da unten die Güte da rumrennen... Oh, von den Kojoten verfolgt, oder... Bin ich hier unten sicher... äh, hier oben sicher, wenn dann so Bienennester kommen... Ja... Ich kann schon wieder... Ich kann schon wieder... Da unten aber auch viel Spieh, oder? Äh... Da unten noch viel Spieh, oder? Da unten noch viel Spieh, oder? Äh... 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 Ja. Durchrennen. Alles ignorieren. Oder vielleicht doch nicht alles. Jetzt. Gut. Ich hab mal ordentlich in die Schnauze geboxt. Mhm. Zieht euch. Oh, weil Obelix Hintern zu hoch ist. Ich kann schon wieder. Das Level dauert nicht so lang. Ah. Na ja, klar. Hä? Ich verstehe es überhaupt nicht. Na ja, klar. Ich geh ein kleines Arschloch. Ich hab's nachgeguckt. Weil irgendwie klopfte ganz da jemand an die Tür. Dann spring ich laut. Auch genau jetzt. Kann ich nicht von ihnen fressen lassen. Nein. Oh, scheiße. Egal. Ist der grad durch die Wand gerannt? Okay. Eins. Geil. Oh, jetzt hatte ich einmal keinen Schaden genommen und dann das. Komm her. Komm her. Hol ihn mal. Komm her. Komm her. Bis dahin kommen wir, oder? Nö. Schnell. Nein. Ich bin mal krass. Was geld sicheres? Aber jetzt grad kann ich ja riskieren. Yes. Durchrennen. Morieren. Der da oben. Gut, gerade noch. Ja. Gut. Das ist ein Fisch, den hätte ich gern. Diesmal... Aufs Geldscheiße, meine ich. Schnell! Oh. Perfekt. Wow. Vielleicht Koyoten oder Dingoes? Nee, Dingoes in Australien, nicht in Ägypten. Ah! Ja. Die kann er Bienen. Notwürdig Bienen. Verzieht euch. Schnell! Beweg dich! Nach links! Egal. Boah. Ja, klar, dass das einer war. Höh! Doch unfair! Ja, das ist unfair! Unfair! Was ist heute los? Das will ja gar nichts funktionieren. Das weiter geht gleich wieder auf. Aber eigentlich ist es nötig. Hä? Hä? Ich bin verarscht nicht. mit dem fisch scheiß spiel so langsam erreicht meine geduld ist immer noch ein blatt von hat sogar so ein bisschen stark passiert ich habe mich gedruckt nicht im dingo das ist ich sage immer ding so kann ich den koloten nicht irgendwie weg boxen ich muss mal versuchen das durchrennen leckt mich das ist ein fisch der will ich ich bin gesprungen aber der ist nicht richtig gesprungen jetzt gesehen gut man kann ihn boxen ich bin gesprungen weil ich dumm bin und leer reflex ich bin gesprungen weil ich dumm bin und leer reflex aber ob es nicht richtig ist doch hier beim römer so sehr unfair was die machen einfach so vorstürmen ohne dass man sich dagegen wehren kann deren spiel ist glaube ich länger als meine faust so der rennt da einfach durch ist blau du ja man hält man control aber es ist mir jetzt auch schon scheißegal so ich glaube es ist mir jetzt wieder aber es wird auch So, jetzt bams er wieder weg. Warum auch immer Obelix den Ägypter angreifen will? Seht ihr? Mit seiner Wampel will er auch den Ägypter geben. Wahrscheinlich alles, was ihm Schaden machen würde. Dreht rum. Der Putzmann geht um. Ducken! So, jetzt geht ihr gar nicht. Fisch. Jetzt hätte ich fast gesagt, eine Zwiebel. Was soll ich denn? Eine Zwiebel in der Wüste. So. Du da oben kannst mich mal. Gut. Der kriegt ordentlich in die Fresse, weil er es nicht anders verdient hat. Selbst wenn ich mich da ducke, bringt es nichts. Oh ja, ist klar. Jetzt haut der vor zwei Römern ab. Ne, jetzt kommt der Hund. Dummer Römer. Sind gleich das Falkohund. Im dummeren Römer-Style. Ja, ist klar. Jetzt kommt der Hund. Gib mir einen Fisch. So knausig kann man... Ich bin doch blöd. Und dann geht's doch... Ich bin doch... Ich bin doch... Der guckt ja unten ein bisschen nach. Ich bin doch... Ich komme da jetzt gar nicht mehr ran. Scheiß drauf. Ich bin doch... Da war ein Leben drin. noch ein sehr danke bitte alle sterne oder war letztendlich danke ob ich hab's mitgemacht mit gar nicht dass man es wegkaufen kann nein gut sind noch zwei ja ein fisch wie geil ich dachte mir dann auch ein fisch ich hab nur mehr eins verdammt wie geht die zeit wirklich schnell weg ok geht die zeit wirklich schnell weg wieder ein leben danke das kann man bestimmt schaffen alles zu bekommen ich hätte wahrscheinlich noch ein leben abgreifen können das kann man es nicht so gut das kann man es nicht so gut Warum die einfach mit Steinen auf mir? Da, guckt es euch an, da sind doch keine Verbündeten. Gut, jetzt habe ich ihn hinbekommen. Super. Ey, was für Verbündete. Von wegen Gallien mit Ägypten sind verbündet. Sind ja feindlich zusammen, beide. Ja, jetzt. Jetzt habe ich es dir gegeben. Gut dann. Gut. Hä? Was ist das, der Scheiße? Ihr müsst nicht antworten, ich weiß, dass ihr seid. Kann ich dir eine klatschen? Also, ich kann da einfach drüber gehen. Schmeiß dein Steinchen. Der Arsch, der wartet extra, bis ich da unten entlang gehe. Was sind denn das für Verbündete? Ja, der rennt natürlich da, die jeden entlang. Fisch. Was sich das ausgezahlt hat. Bei minimalen. So. Das ist doch unfair. Im Ernst. Schmeiß deinen Stein. Hallo. Bist du blöd im Kopf? Ja, genau deswegen. So, dann nimm's so. Und dem kann ich nicht ausweichen. Was ist denn das für ein Spiel? Ja, und dem kann ich überhaupt nicht ausweichen. Nein, ich will dir doch nur eine reinhauen. Stern. Nein! Komm her. Jetzt reicht's. Schmeiß deinen Stein. Danke. Ich guck, der hat auch ab. Ein bisschen Geld. Geht sich nicht aus. Gut. Ja, ist klar. Farsch, wie ich spiele. Ähm, nee. Ich mach beim nächsten Mal weiter. Darauf hab ich jetzt gar keine Lust mehr. Das war Asterix und der Ubelux. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis uns das nächste Mal wieder. Fett euch.